Es gibt so ein Sprichwort, wenn du der Schlauste im Raum bist, dann bist du im falschen Raum. Und was will ich damit sagen? Was ganz oft unterschätzt wird, sowohl als Arbeitnehmer als auch als Arbeitgeber, ist die Macht der Fragen. Als Kinder zum Beispiel stellen wir die ganze Zeit Fragen. Wir hinterfragen alles. Warum, 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 wieso, weshalb. Und irgendwann kommt dann von einem Elternteil und stelle ich so viele Fragen. Und dann hören wir auf irgendwann. Dann fangen wir an, Annahmen zu machen. Annahmen zu machen ist das Gefährlichste, was du machen kannst. In meiner Welt zumindest. Weil das Zeug von irgendwann von einer sehr arroganten Haltung. Nicht bewusst, sehr oft unterbewusst. Aber wenn du aufhörst, Fragen zu stellen, bist du nicht mehr in einem Lernmodus, sondern in einem Wiedergebmodus. Das heißt, du kannst dir gar nicht mehr anhören, weil du stellst keine Fragen. Und die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität ja auch irgendwo deines Berufslebens, auch deines Privatlebens. Und deswegen lerne, aktiv Fragen zu stellen. Und frag lieber mehr als zu wenig. Und da wird dann schon wieder 아לים. Und es ist auch gleichай Wanna-deine-itti-Tor, wieso ist es mir jedenfalls? Vielen Dank.